ja meine lieben herzlich willkommen in 7 days to die ich hab mal gerade aus und wieder eingeschaltet warum habe ich das gemacht aus dem einfachen grund genau dann aus dem einfachen grund es waren die verweiler aber aufgrund meiner höhe was fehlt mir ok aufgrund meiner höhe da oben ist mal rein gar nichts passiert die sind halt einfach vorbei gelaufen so war es ja eigentlich auch gedacht gewesen ich habe dann da oben halt den ganzen kram repariert habe versucht auch die beiden sachen zu reparieren das geht leider nicht und habe mir halt jetzt hier meinen meinen tag gemacht und daraus eben fackeln gemacht das habe ich getan und wollte mir jetzt hier noch eine glass schmiede machen und dafür fehlt mir habe ich gesagt eine 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 schneid ja schon genau so jetzt kann ich auch falsch machen nur ich habe mir dann jetzt da waren jetzt für 15 minuten wo eigentlich nichts passiert ist ausschaut dass ich sachen repariert habe und er hat gesagt das bricht ab und ich erzähle euch kurz was ich gemacht habe weil es war ja nicht viel ich habe mir noch marken gesetzt und zwar einmal hier ganz einfach aus dem grund hier geht es so eine feldbank lang haben wir ja gesehen wo wir hier runter sind beziehungsweise hier rum sind und ich meine ich hätte an der feldbank über hierher gegangen sind und ja da will ich dann schlichtweg mal gucken wieso steht denn der hier ist der nötig eigentlich nicht verstehe ok und ich habe da hinten diese beiden häuser da habe ich das metall rausgeholt aber da kann ich euch schon sagen die regale die bringt nichts mehr ich habe aus ein so haus das gesamte metall aus einem haus das hat so anderthalb sechs körpermittel gebracht das sind so zehn barren pi mal daumen das hat sich null gelohnt das hat sich aber sowas von gar nicht gelohnt ja und dann habe ich mir halt noch eine feierhex gemacht und ja wie gesagt den ganzen kram repariere ordentlich alles gewesen jetzt wollen wir uns mal die glasschmiede aufstellen aber besser nicht ohne material zu haben ich habe auch festgestellt ich habe noch gar kein lederbuch gefunden oder ich habe das versehentlich vernichtet das heißt auch da noch mal häuser luten und gucken dass ein lederbuch gefunden wird weil sonst kann ich mir eine kurz vorher gar nicht machen so da habe ich jetzt überall mais gesetzt und hier nicht kann ja auch mal wieder ein paar von sammeln so das heißt da ist eigentlich eine gute gute ecke auch dann setzen wir nämlich die jetzt hier hin dann ist die weit genug von mir weg kann das da rein tun haben wir jetzt damit an und arbeiten uns quasi nach vorne durch wobei erstmal gucken wie schnell geht denn das weg ah nicht sehr schnell ne dann machen wir dann schmeißen wir die gleich rein oder schmeißen wir die ich glaube die dauern länger dann auf dem rückweg schmeißen wir die anderen rein dann werde ich jetzt hier allerdings weil ich denke mal die kann man auch relativ schnell übersehen ähm habe ich dich auch übersehen zeig mal ne leider nicht ähm so ok 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 den darfst du mir jetzt mal erklären machen wir so ähm ja so geht und eine fackel und gut ist so jetzt sollte ich den dann nicht mehr übersehen so wie sieht es denn jetzt hier aus einen noch ok den oder den ah machen wir den da oh 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 ja ups ähm komm mal mach so und noch ein paar kleine ja machen wir erstmal so sonst schmeißen wir das nämlich anschließend rein so und ähm wo müssen wir hin genau hier die straße wo oh ja ist mir recht mach jetzt so den brauche ich jetzt nicht mehr ach noch einer bitte was ok wenn du mir den mal erklärst ach alter Schwede wieso sind hier überall so Löcher na gut und was mir jetzt gerade mal so auffällt jetzt wo der repariert ist ähm hat er nicht mehr so schwarze Kreise drin die Kreise sind zwar noch da aber die sind halt deutlich heller dadurch kann man halt letztendlich dann auch mehr sehen ist natürlich auch nicht so schlecht ach immer im Winter die ist auch schon ganz schön da oben Holz können wir uns dann eigentlich auch noch mitnehmen ich meine wenn wir schon mal da hinten sind brauchen wir ja sowieso können wir eigentlich tun ne wird es nicht rum da oben wer bist du denn na klar komm mit mach ich da hinten können noch so zwei, drei deiner ne deiner Kollegen ankommen und dann ist gut oh Schweinchen Schweinchen Moment erster Schweinchen Piggy warte und Pamela geh weg ähm na wo ist es denn oh ganz böse ähm das war keine so gute Idee so die Felsband nehme ich die mal ich meine da vorne hätte ich das irgendwo gesehen ähm ich glaube das war doch nicht so eine tolle Idee okay dann ähm müssen wir jetzt doch mal ein bisschen aufrollen nein lass das so ist fein und du kriegst auch mal und ich höre rechts noch ein und das gefällt mir gerade nicht machen wir erstmal dich da ah ja da kommt nämlich Horst um die Ecke ne du haust mich nicht weil ich das nicht will so einfach ist das so komm her Horst oh Schwesterchen ne halt oh so ist fein ähm wie mach ich das denn ihr kommt mir von zu vielen Seiten mag dazu nicht und jetzt habe ich hinter mir nämlich auch noch welche und das möchte ich auch nicht du haust mich nicht weil ich das nicht will so einfach ist das so oh hinter mir habe ich auch schon wieder was oh das war gut das war gut sehr schön ach die Pillen da war doch was hm ich höre dich hinter mir Moment am besten dann so dann sehe ich dich nämlich vielleicht irgendwann auch mal so okay noch ein bisschen ah das hier ist und da habe ich mich zu hauen so ups ah jetzt habe ich aber schon leicht die Orientierung verloren hier einmal zu weit gedreht nein du auch lassen alle lassen oh shit okay da Moment ähm ich bin noch nicht ganz so weit so da bist du Zippeja komm her du hast mir nämlich gehauen kriegst auch einen mit lass das jetzt darf ich nämlich wegen euch wieder auf Krankenschwesters untergehen ich habe schon eine gefunden ähm wo wo ah und die Nester jetzt sehe ich hier die Nester und ich kann sie nicht luden weil böse wieso höre ich hier links und rechts ach da schnorchi alte Socke so ähm verdammt ah da kann ich ja doch mal kurz looten so ähm da 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 fangen wir hier an weil Schwesterchen würde ich ganz gern nochmal aufheben vielleicht kann sie mir helfen und äh du geh mal an die Seite Schwester nein ach dann muss ich das wohl doch machen wollte ich gar nicht äh okay können wir noch ach da sind zwei auch gut oh wer kommt da schnorchi okay immer schön der Reihe nach so so ist fein Schwester äh warte ich werde mal gucken es liegt noch so viel kleinen Kram Mensch macht hoch so ist fein ja 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 und irgendwo Moment ach da im Haus ist jemand alles klar ähm Moment so ist besser so na lass das okay und jetzt wunderbar und jetzt könnt ihr oh oh ah schnorchi du alte Socke hau mir nicht immer ein du blöder Hund du ich hab doch Pillen warte mal ich hab doch sowas wie Pillen da wirst du ich ausgerechnet das weg was mir auch was nutzen könnte ist das jetzt schlau gewesen nein ist mir aber gerade egal weil ich brauch ne Pille komm her so okay okay Schwester äh jetzt jetzt darfst du so wunderbar so muss das sein hab ich gleich noch mein Verbeißzeug wieder zurück okay dann kriegst du jetzt mal jetzt sind wir aber durch ja hab ich noch was hab ich beim letzten mal gesagt hm wo sind die ganzen Zombies geblieben jetzt weiß ich's so ja nicht ganz gut aber passt gut Handrücken zielen das ist scheinbar jetzt so richtig und das kommt mir eigentlich auch recht entgegen ähm weil das kann ich das weiß ich wie es funktioniert noch ein Schwesterchen auch wie schön warte mal kann ich das Nest vorher noch darf ich dankeschön ja du kriegst ja kriegst ja einen mit so ist er nicht so bitte haste und dann kriegst du halt auch noch einen so ich lass mal die Gorblocks vor euch da stehen so als kleines Mahnmal nicht wahr ähm da hinten dürften jetzt keiner den hab ich schon den hab ich noch nicht aber sehr fein so die brauch ich nicht er gibt ja Stoff ähm bitte was ne ist klar Inventory ist voll mhm Handpins ne ist klar du kannst mich auch mal das kommt davon ne na gut irgendwann können wir es bauen die können wir sowieso nicht allzu ferner Zukunft brauchen Eier ist auch gut die bewahre ich mir nämlich jetzt mal konsequenterweise auf und ähm eigentlich wollte ich jetzt was gefuttert haben ne so dann nehmen wir jetzt dann direkt einfach mal hier das Holz auch mit ja und Steinchen kann ich auch mal sammeln scheinbar ist das hier nicht alle Blaubeermische sind äh Schneeregen will ich nicht das mag ich nicht nein nein der ist kalt dann geh mir weg damit geh mir bloß weg damit so einmal röberdings da und ähm hm ne den packst du auch wieder rein so und der ist gut jetzt soll aber gehen hier oh die können wir gleich wieder setzen ja dann seht ihr das da auf der rechten Seite das ist 100%ig Material das da unten sieht aus wie Lette oder Potenzial und dann drüber wie Kohle 100%ig warte wir nehmen erst noch den Baum hier mit na das sieht 100%ig so aus was ist denn da oben so ich meine aber da hinten am Eck da scheint auch noch was zu sein und dort auch auch mal wie eigentlich die Leuchter an das ist auch Material da kann man mir erzählen was man will das ist halt so die kann ich mal einmal weg machen ähm mach so mach so und mach so ja das ist Material ähm Versuch ähm ein bisschen noch so jetzt sollte ich aber die passende Höhe erreicht haben ähm na nü ach da ja na was haben wir denn Potenzial ne aha na gut im Winter ist das dann allerdings äh doof so aber dann wissen wir auf jeden Fall schon mal es ist Material sehr gut und es ist Potenzial sehr schön so mag ich das leiden und was war hier hier war da auch noch irgendwas ist das ein Loch sieht so aus ne Biggie Biggie komm komm zu mir sag mal ähm nein 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 da krieg ich dich nicht ne warte mal bleib da bleib einfach da stehen ich bin gleich da so in einer Stunde oder so wo bist du denn weg na gut dann gucken wir mal was da da oben ist aber es sah aus wie ein Loch ne das ist Material da oben das ist aber doof ja hallo alter Schwede nein da ganz oben könnte Material sein aber das ist doch ein Loch wie bescheuert ist das denn ne ok machen wir erstmal von nichtigen Eingang weil ähm will ich nicht rutschen ok ähm ach so dann mach mal so das ist ne Höhle he 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 ähm das ist aber in der Form ist das doof oder ich mach mir hier das ginge wenn ich mir hier einfach ne Leiter hoch mache sollte ich nur dort und dort und dort und das bringt mir jetzt überhaupt nichts weil wenn dann muss ich die Leiter von unten nach oben setzen und nicht umgekehrt ok wo tut's denn nicht so weh erstmal dort wo ich auch schon Leitern gemacht habe naja wohl mehr ne machen wir mal so ok naja das war jetzt da hätte ich mal noch höher was können ähm na mach halt so war ja auch der Bad ne ok werden wir den nämlich dann so machen ach ist das jetzt bescheuert ist das jetzt bescheuert aber da will ich reingucken und Leitern kosten ja nicht die Welt also jetzt mal relativ ok wir sind dabei noch wieso muss ich eigentlich hier oh ok äh nicht gut hm aber kriegen wir hin ein bisschen muss ich muss ich noch dran machen ja ach ne von hier kommen wir auch darunter den brauchen wir doch gar nicht oder ne ja den sollten wir machen aber ähm hier können wir noch so machen und ja ein paar müssen noch Woodframe muss ich sowieso noch ein paar danach ziehen na gut dass wir ein bisschen Holz geschlagen haben aber das reicht nicht für ordentlich Woodframes um am 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 achso du Depp achso ich nehme mir jetzt gleich auch wieder eine Menge ab von daher ja wurscht stimmt so aufrüsten tue ich das nicht weil da sehe ich jetzt keinen Sinn drin die können wir ja später wieder abnehmen und da ist das dann so viel effektiver denke ich mal so komm und reicht 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 ich will nicht noch welche machen ich habe keine Lust okay ich habe sogar eine übrig na super okay da sollte ich allerdings glaube ich das doch besser so machen von wegen Sicherheit mach mal so okay und so von wegen Trittsicherheit ich kenne mich ja doch reicht dann weiß ich auch wo die Leiter ist jetzt können wir hier endlich mal reingucken ne können wir nicht wisst ihr warum weil wir 1-2 Minuten rum haben das heißt das machen wir in der nächsten Folge na mal gucken was war schönes drunter wieso ist hier oben eine Höhle hallo Höhlen gehen eigentlich von Erde nach unten und nicht von Berg nach okay da ist ein bisschen Erde nachdem also wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen hoch da das war bei uns Social Media ihr kennt das ganze Spielchen und dann hören wir uns in der nächsten Folge also bis dahin bye bye